Marina! Willkommen. Ich hab dich so sehr vermisst. Sieht es nicht bezaubernd aus? Ich liebe den Duft der Bäckerei. Mit Oma Brot zu backen hat so viel Spaß gemacht. Erinnerst du dich noch? Wollen Sie die Bäckerei von Lula kaufen? Ich habe sie geerbt. Unsere Oma hat die Bäckerei nie erwähnt. Wissen Sie warum? Wieso erzählt uns niemand etwas von ihr? Sie wissen verflucht alles, was Sie wissen müssen. Ich versuche deine Schwester zu überzeugen, dass sie das Haus nicht verkauft wird. Genau meiner Meinung. Ich bleibe noch ein paar Tage. Vielleicht finde ich was raus. Sie hat das beste Brot auf Mallorca gebacken. Und den besten Zitronenkuchen, den ich je gegessen habe. Ich weiß doch, wieso du Angst hast Mutter zu werden. Ich helfe dir. Was immer auch ist. Verlass mein Haus. Hau ab. Ich werde freiwillig gehen. Ich habe dich oft gebeten, mir zu verzeihen. Und ich tue es jetzt wieder. Also, ihr versteht euch offensichtlich wieder. Darf ich erfahren wieso? Immerhin habt ihr 14 Jahre nicht miteinander geredet. Ja. 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 Ja.